Hey, mit dem Online-Startup-Paket hast du schon mal die absolut richtige Entscheidung getroffen. Schön, dass du in diesem Video dabei bist. Mein Name ist Fred Thiele und ich beschäftige mich seit mehreren Jahren mit Online-Marketing. Und wenn du wissen willst, wie du dir mit wenigen einfachen Schritten ein Online-Business aufbaust, mit dem du 1.000, 2.000 Euro oder mehr im Monat verdienen kannst, dann bleibe jetzt unbedingt bis zum Ende dran. Keine Angst, es wird nicht lange dauern. Du stehst noch am Anfang und hast keine Ahnung, wo und wie du anfangen sollst? Du lernst im Online-Startup-Paket die 5 wichtigsten Schritte, um ein Online-Business aufzubauen. Vom Finden der richtigen Nische, das Suchen der passenden Domänen, einen guten und schnellen Webposter suchen und die Domänen registrieren. Wichtige Plugins bis zum Installieren eines CMS-Systems. In deinem WordPress-Blog zeigt dir der Kurs ausführlich alle Schritte in einer 1 zu 1 Anleitung. Jetzt liegt es an dir, diese Schritte umzusetzen. In jedem Fall eignest du dir Wissen an, das dir sehr weiterhelfen wird. Ich kenne deinen technischen Wissenstand nicht. Selbst wenn du blutiger Anfänger bist und gar keine Ahnung von der Technik hast, ist das aber kein Problem. Schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an. Denn ich zeige dir wie du es als Anfänger und Technikleihe schaffst, trotzdem ein erfolgreiches Online-Business aufzubauen. Also bleib dran, denn dieses Video ist nur für kurze Zeit online. Gut, dann kann es losgehen. Zuerst möchte ich dir etwas über mich erzählen. Keine Angst, ich will dir nicht meine Lebensgeschichte erzählen. Ich will dich nur davor bewahren, die gleichen Fehler beim Start deines Online-Businesses zu machen, wie ich sie am Anfang gemacht habe. Ich bin seit über 20 Jahren selbstständig und hatte mehrere Ladengeschäfte. Doch vor etwa fünf Jahren ging es nicht mehr weiter. Die Kunden blieben nach und nach aus. Ich grügelte eine Weile darüber und merkte, dass immer mehr Kunden, speziell die Jüngeren, ins Internet abwanderten. Also schloss ich Ende 2015 meine Ladengeschäfte und wurde Online-Unternehmer. Ich hatte null Ahnung und dachte, so schwer kann das doch nicht sein, im Internet etwas zu verkaufen. Aus Kostengründen versuchte ich, alles selber zu machen. Eine Nische finden, eine Webseite erstellen und Produkte finden, die ich verkaufen kann. Nach vier Monaten war ich kurz davor aufzugeben. Nichts klappte so, wie ich es wollte. Alles war viel schwieriger und komplexer, als ich es mir je vorgestellt hatte. Selbst für einfache Dinge, wie Domainsuche und Webposting, benötigte ich oftmals Tage. Also suchte ich nach einer Lösung. Denn so schnell wollte ich nicht aufgeben. Ich recherchierte im Internet und kaufte mir einen Online-Kurs, der mir genau die Dinge zeigte, die ich selbst nach vier Monaten nicht hinbekommen hatte. Mir fehlte einfach das nötige Wissen und im Selbstlernprozess verschwendete ich viel Zeit und kam nicht weiter. Durch den Online-Kurs änderte sich die Lage sofort. Ich hatte plötzlich Expertenwissen zur Verfügung und konnte endlich meinen Plan, ein eigenes Online-Business verwirklichen. Das war die Basis. Gut, ich will ehrlich zu dir sein. Ich konnte nicht gleich davon leben, aber ich machte meine ersten Umsätze schon drei Wochen nach Kauf des Kurses und es wurden nach und nach mehr. Ich verrate dir jetzt mal was. Wenn du dich selbst nicht mit der Materie auskennst, dann brauchst du Expertenhilfe. Sonst verschwendest du viel Zeit, Nerven und Geld und am Ende bist du unmotiviert und gibst vielleicht noch auf. Der Hauptgrund, warum ich nicht erfolgreich war, ist, ich hatte keine Ahnung, aber noch wichtiger war, ich hatte kein Konzept und keinen Leitfaden, nachdem ich alles abarbeiten konnte. Nach mehreren Monaten, die ich nun verschenkt hatte, konnte ich jetzt erstmals nach einer Vorlage arbeiten. Dies war wesentlich effektiver als meine zufällige und konzeptlose Arbeitsweise, bei der ich mir alle Infos aus dem Netz holte und irgendwie etwas daraus bastelte, denn mehr war es ja wirklich nicht. Von einem auf den anderen Tag lief es dann fast wie von selbst und ich war wieder hochmotiviert. Ich dachte genau wie viele Anfänger, im Internet bekommst du jede Info umsonst. Ich schaute mir Videos auf YouTube von anderen sogenannten Marketern und Experten an und versuchte es nachzumachen. Doch bei der Umsetzung hatte ich große Probleme, da ich nicht deren Wissen hatte und deshalb an vielen Dingen scheiterte oder erst gar nichts zu meinem Thema und Problemen im Netz fand. Und überleg mal, wenn jeder sein Wissen umsonst Internet zur Verfügung stellt, wovon leben dann die erfolgreichen Online-Unternehmer. Also gibt es wichtige Informationen, die es nur gegen Geld gibt. Nun, nachdem ich so viel Zeit verschwendet hatte, war es mir egal, ob ich etwas bezahlen muss. Ich wollte dieses Problem unbedingt gelöst bekommen und doch endlich Geld verdienen. Mit dem Kauf dieses Online-Kurses merkte ich schon nach kurzer Zeit, dass sich jetzt was bewegt und es vorwärts geht. Nach drei Wochen hatte ich die ersten Einnahmen. 85 Euro. Okay, nicht viel, aber nach drei Monaten waren es schon über 300 Euro monatlich und es wurde noch mehr. Soweit meine Geschichte. Jetzt weißt du, worauf es ankommt und musst nicht dieselben Fehler machen wie ich. Wenn du jetzt alles umsetzt, was ich dir in meinem Video-Kurs zeige, hast du eine solide Basis für einen erfolgreichen Start ins Online-Geschäft. Ich bekomme viele Rückmeldungen von den Nutzern des Online-Starter-Pakets und die meisten schaffen damit auch den Start ins Online-Business. Aus den Feedbacks zum Video-Kurs weiß ich, dass es auch Nutzer gibt, denen der Kurs nur bedingt hilft, da ihr Wissenstand noch nicht ausreichend ist, um die nächsten Schritte nach dem Kurs auf dem Weg zu einem erfolgreichen Online-Business allein gehen zu können. Deshalb habe ich einen zweiten Videokurs erstellt, der direkt auf das Online-Starter-Paket aufbaut und dieses kompletiert. Der Kurs setzt da an, wo der erste aufhört. Das heißt, ich zeige dir, wie du eine professionelle Webseite erstellst, die sich von der Konkurrenz abhebt. Und welches Tool du dazu brauchst? Alles ist natürlich in der bewährten 1 zu 1 Schrittanleitung zum leichten Nachmachen und live am Bildschirm. In 10 Videos mit über 4 Stunden Videomaterial erfährst du alles, was eine perfekte Webseite, die gut konvertiert ausmacht. 2,5 Stunden alleine handeln nur von der Webseitenerstellung. 30 Minuten erkläre ich dir das Profi-Tool zur Seitengestaltung. Dann kommen noch über eine Stunde Erklärung eines E-Mail-Marketing-Systems und Integrierung in die Webseite sowie Google Analytics dazu. Dieser Kurs spart dir sehr viel Zeit und du eignest dir noch Expertenwissen an und wirst dann auch in der Lage sein, dieses komplexe Thema zu verstehen. Hier nochmal alle Vorteile. Keine zeitaufwendige Recherche. Dir steht Expertenwissen zur Verfügung. Hundertfach erprobtes Konzept mit professioneller Arbeitsanleitung. Enorme Zeitersparnis. Webseitenerstellung innerhalb weniger Stunden möglich. Und das Wichtigste für die meisten, zumindest für die Einsteiger, es sind keine technischen Vorkenntnisse notwendig. Kommen wir nun zum Preis. Ich habe den Videokurs einigen Leuten zum Testen gegeben und einfach mal gefragt, was sie bereit wären dafür zu bezahlen. Die Mehrheit sagte zu mir, dass ich diesen geilen Videokurs für ungefähr 100€ verkaufen muss, da er so effektiv ist und wenn man so etwas in Auftrag gibt, auch weit mehr als 100€ bezahlen würde. Da ich aber möchte, dass du einen günstigen und leichten Einstieg ins Online-Business bekommst, ist heute dein Glückstag. Und da ich weiß, dass du es mit dem Online-Business ernst meinst, sonst würdest du dir dieses Video nicht anschauen, bezahlst du keine 100€. Nein, nicht einmal 50€. Nein, nicht einmal 20€. Du bekommst den Videokurs hier und heute für unglaubliche 7€. Damit aber nicht genug. Da ich für diesen Videokurs nur positives Feedback bekommen habe, gebe ich dir hier und heute eine 14-tägige Geld-Zurück-Garantie. Du kannst dir den Kurs anschauen und anwenden. Falls er dir nicht gefällt, kannst du mir ganz einfach eine E-Mail senden und ich erstatte dir die 7€ zurück. Ohne Wenn und Aber. Das mache ich nur, weil ich so überzeugt davon bin. Doch du musst jetzt handeln. Du hast nur jetzt die Chance, dieses unglaubliche Angebot wahrzunehmen. Also bestelle jetzt den Videokurs, bevor dieses Angebot endet. Klicke jetzt auf den Button in den Einkaufswagen und sichere dir jetzt für nur 7€ den unglaublichen Videokurs. Du erhältst sofort nachdem du bestellt hast den Zugang zum Kurs, mit dem du es schaffst ein erfolgreiches Online-Business aufzubauen. Also klicke jetzt auf den Button in den Einkaufswagen. Wir sehen uns dann im Videokurs.